Wie ist die NIGHT-Funktion? Und bestätigen Sie es anhand der OK-Taste. Mit der Minus-Taste wählen Sie ON und erneute Bestätigung erfolgt durch die OK-Taste. In diesem Moment wird ein Timer angezeigt, den wir dann mit den Tasten Plus und Minus ändern können, beispielsweise auf 2 Stunden. Wir bestätigen alles mit der OK-Taste und drücken noch einmal auf die M-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukommen. Auf dem Display erscheint das Mondsymbol und der eingestellte Timer. In diesem Fall schaltet sich das Produkt in 2 Stunden ein. Diese Funktion kann sowohl im manuellen als auch im automatischen Modus aktiviert werden, jedoch nicht bei aktiven Zeitprogrammen. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie einmal erneut die ON-OFF-Taste, die M-Taste, um in das Hauptmenu zu gehen und wählen Sie anhand der Minus-Taste die NIGHT-Funktion. Bestätigung erfolgt erneut durch OK. Mit der Plus-Taste wählen Sie OFF und bestätigen alles mit OK. Ein erneut der Druck der M-Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.edilkamin.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.